moin moin und herzlich willkommen zurück mein name ist dirim ja es geht weiter mit minecraft ja mit frisch rasiertem kopf geht es heute weiter ich will mit euch jetzt erst mal von zonenkraft was bauen das war so eine steigerung das hier kies geht kies und mittel das ist ja simpel ich habe kein kies mehr dann lass uns mal kies machen oder habe ich da noch was ja stimmt dafür dass beton wenn ich das mache lass mich mal hier was rein sondern was nicht mehr brennt super ist mein block hier blockierer und du mach mal jetzt bitte kies so jetzt wollen wir keine das andere bauen mhm mhm mittel brauche ich das funktioniert glaube ich hier nur ne ähm mhm erst mal mittel machen super ein noch einmal jetzt habe ich wieder das rezept vergessen das da ok ist eigentlich ja ganz simpel zack hey wie abgezählt war es nicht so denn böse boom hier nö gut denn lass uns mal überlegen wie wir das machen wollen ja halb fast kaputten spaten hier fast kaputten spaten hier ich weiß es noch nicht so wirklich ich weiß es noch nicht so wirklich halb die fackeln ja eine super mhm mhm ich weiß es noch nicht so wirklich wie ich das mache ähm ich baue jetzt noch eine kurve aber kein kies ne jetzt wird einmal kurz laut schnell wieder weg so denn schauen wir mal so eine kurve so eine mittlere kurve gibt es doch schon auch ne ja hab ich da jetzt nichts rein zufällig noch nö halt ich wollte ich nicht gut so fackelchen ich brauche fackeln und zwar ein bisschen mehr sich 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 zack jetzt reicht das wieder für ein paar tage ey ey da bitte einmal hier hin die gleite kann auch weg so 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 ach spaten ich mach mir noch einen diamantenspaten ja ich gönne mir jetzt noch einen zack 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 so kleine ein paar kleine wollte ich noch mitnehmen und zwar siehste hier habt ihr noch eine mittel hätte ich gar nicht bauen brauchen ähm s wünschen mir s so jetzt jetzt hoffe ich habe ich alles denn ich habe jetzt vor die mittel mittelgang wie komme ich denn da hin du kommst hier hin hier lang so du kommst hier so lang hm ich ich würde mal sagen ich würde mal sagen hier hier so gucken wir mal 3x3 und 1 2 3 so zack sehr schön zack 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 10 1 2 3 4 6 so reicht wohl nicht 2 3 4 5 6 1 2 3 3, 4, 5, 6 Also hübscher Bauern-Toe, das ist natürlich noch Guck mal einer an Jetzt bin ich sogar hier draußen Lass mal ein bisschen Platz machen Und zwar... Ich Ähm... Mach ich noch einen tiefer Hm... Auch gar nicht mal schlecht So... Ne, das war ein... Ich würd mal sagen, ich verwende erstmal alles Ja, ne... Eine Steigung habe ich ja noch 2, 3, 4, 5, 6 Zack Coole Sache So... Das... War dat Das war dat Ähm... Genau... Denn... Sieht das soweit schon gut aus Guck mal, das wollte ich heute fertig machen Das ist die Steigerung schonmal Denn... Füll dich jetzt noch Ähm... Lass mal kurz Taschen leeren Hier hab ich noch mal Kies Kurz mal Taschen leeren Ich hab so viel Müll Ähm... Dich... 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 Drehenkraft, Drehenkraft Wir haben ein bisschen Stahl Ähm... Ein bisschen Stahl Danke Jetzt mach ich was Oder warte mal Ja, hier guck mal Du kannst da hin Gut... Ähm... Erstmal schlafen Sehr wichtig So... Jetzt möchte ich ein Tool bauen Ähm... Jetzt machen wir... Beginnen wir mit einem anderen Mod Und zwar... Aritekt... Aritektische... Kraft... Aritektur... Kraft... Keine Ahnung Ähm... Möge ich mal wegklicken So... Ich möchte gerne diese... Ja... Säge... Äh... Bank... Haben... Ähm... Wir brauchen Eisen Wir brauchen... Äh... Holz Holz brauchen wir Ich brauchen wir... Ich brauchen wir... Eisen brauchen wir... Und zwar hier an... Ähm... Einmal Holz bitte... Zack... 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 Dann brauchen wir einmal... Ich... Dann brauchen wir... So... Und eine Holz... Platte noch... Die müssten wir glaube ich noch haben, oder? Eigentlich müssten wir noch eine haben... Kann... Kann sein, dass ich... Das irgendwie schon weggedonnert hatte... Ähm... Dann müssen wir halt noch eins bauen... Kann man alles Sub machen und bauen, ne? Ja... Super... So... So... Jetzt überlege ich gerade... Jetzt überlege ich gerade... Wie wir es jetzt am besten... Mit was bauen... Denn ich will jetzt... Ähm... Von Zugzebo... Diesen... Dach... Bauen... Ähm... Jetzt schauen wir mal... Ich... Brauche... Sand... In welche Farbe denn? In welche Farbe wollen wir das denn? Grün... In blauen... Blau sieht das schön aus, ne? Ich nenne blau... Ja... Blau... Blau habe ich ja... Glaube ich genug... Ist da... So... Blau habe ich genug... Ich weiß bloß nicht, ob das mit diesen... Auch geht... Darum müssen wir einmal ausprobieren... Oh... Das ist zu hell... Äh... Zu dunkel... Ähm... Knochen... Ja... Knochen... Ja... Lege ich auch hier rein... Und dann... Geht es weiter... Nehmen wir kurz mal ein bisschen weit weg... Dann ist das nicht so laut... Wege Interessen... Trinke ich meinen Kaffee... Gar nicht so einfach... So... Fertig ist er schon... Lecker kalte Kaffee... So... Jetzt schauen wir mal diesen... Ja... Sägebank... Oder wie man es nennt... Uns mal genauer an... Ähm... Ja... So sieht das aus... Okay... Was kann das Ding? Einmal rechtsklick... Ja... Jetzt kann man die... Blöcke verschieden... Formen... Ich werde erstmal gucken... Ob das so mit den anderen besser geht... Windows... Hm... Wie möchte ich denn das? Hm... Vielleicht das? Ich fühle das so bisschen oval... So geht so... Das wäre nicht schlecht... Ähm... Hatte ich nicht welche gemacht... Achso... Wir müssen jetzt noch zusammenkraften... So... Ich brauche einmal... Lappes... Einmal... Knochenmehl... Wenn wir ruhig 64 machen... Haben wir mal bestimmt... Was im Vorrat... Genau... Ich mache erstmal... Ein bisschen... Danke... Mache mal... Mache mal das hier rein... Ich mache erstmal eins... Will ich das mal angucken... Wie es aussieht... Mache... Mache... Funktioniert ja gar nicht... Okay... Ähm... Gucken wir mal... Am liebsten möchte ich das haben... So... Vielleicht klappst du jetzt... Ne... Okay... Das ist jetzt reine... Ausprobierphase... Ähm... Das andere kann man zur Not mit der... Ja... 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 Wenn ich solches kaputt mache... Dann ist... Ja... Sehr schön... Okay... Weil... Ich möchte... Das erstmal ausprobieren... Einmal... Zweimal... Ein bisschen auseinander... Zack... 1... 2... 3... Zack... Dann brauche ich wieder... meinen... kleinen Hammer... Zack... Mein... Kleinen Hammer... Ja... Wo ist er denn? Da ist er... Und dann wollen wir erstmal eins haben... Und dann... Ne... Du nicht... Du... Und zwar eins... Breit... Einmal hammeren... Dankeschön... Und dann schauen wir mal... Oh... Hm... Ist okay... Lass mich da noch... von oben Von oben nein... 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 Ich will das jetzt, was so rund nach unten geht. Ähm, vielleicht, 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 schauen wir mal, ne. Ah, von unten kommt das jetzt. Ähm, äh, jetzt müssen wir bloß gucken. Das müsste bestimmt gehen. Ähm. Ne, tu nicht. Ich will nicht. Warum baut das nicht rum? Ne, das, die Dinger brauche ich hier nicht. Ich brauche nur das. Kann man... Gibt es denn noch hier was schönes? Brauche ich sexy einmal. Ähm. Hä? Orange. So. Welche Farbe war das? Ne, die ich brauche hier gar nicht. Ähm. Schüssel. Ne, die ich brauche. Drei Eisen. Zwei Sticks. Habe ich. Eisen habe ich. Und? Orange war das. Richtig? Nein. Orange. Eine orange Blume. Habe ich das hier irgendwo? Habe ich das irgendwo? Einmal gucken. Du müsstest orange sein. Jawel. So. Dich kann man bestimmt auch vervielfältigen. Genau. Mit Wasser. Und Radston. Da haben wir noch was. Und Radston. Dich. 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 Und Dich. Den brauche ich. Dich. Halt. Jetzt ist draußen Nacht. Sehr schön. Monster hier. Ja. Hier unten. Muss ich noch ein bisschen besser ausleuchten. So. Ja. Sehr schön. Ähm. Ich drücke jetzt die gedrückte Großschreibtaste und hämmere drauf. Genau so. Aber bloß ein bisschen umgekehrt. Ja. Genau so. Denn. Du weg. Ne. Du weg. Dich freut ich doch gar nicht. Dich bitteschön. Zack. Und den. Ich. Ne. Davon habe ich bloß eins gemacht. Davon habe ich bloß eins gemacht. Zack. Und den. Zack. Zack. Halt. Jeder ein zu viel. Dankeschön. Oder man kann auch das machen. Guck mal gleich mal. Ähm. einmal bitte ordentlich drehen. Ach so. Genau. Hm. Bäh. Ich helf sie gleich. Genauso. Wenn du hier ja malас wieder shakt hast, dann ist es ja so richtig nehmen. umgedreht was sieht denn besser aus ich mach das da hinten genau mach ich dich nochmal weg das ist immer zu ärgerlich alles wegschmeißen die kleinen Dinger ja angucken jo blau hm was meint ihr? gut also und das will ich hier oben haben das sehen wir gleich in die nächste Folge genau so will ich das gerne haben hm das lasse ich noch damit ich das nochmal besser sehe jo vielen dank dass du eingeschaltet hast für diese Folge gereicht ist ja in der nächsten Folge bauen wir ja unser Dach weiter aus oder anfangen mit aus ausbauen aus ja zu bauen und ja bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag jo bis zur nächsten Folge bye 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 das ist das ist das ist noch eine